Jetzt also doch. Die EU hat sich zu einer Glyphosat-Entscheidung durchgerungen. Der möglicherweise krebserregende Unkrautvernichter bleibt weitere fünf Jahre zugelassen. Und Bundesagrarminister Christian Schmidt stimmte zu. Die Entscheidung des CSU-Ministers in Brüssel schlägt zu Hause Wellen. Erstens sprach Schmidt sein Votum in der amtierenden Bundesregierung aus Union und SPD nicht ab. Stattdessen gab es Spekulation, Schmidt habe sich sein Okay hinter dem Rücken der SPD bei Kanzlerin Angela Merkel geholt. Dem widerspricht Schmidt allerdings. Ich habe eine Entscheidung für mich getroffen und in meiner Ressortverantwortung, sagte er auf eine entsprechende Frage im ARD-Morgenmagazin. Zweitens hätte Schmidt sich bei der Abstimmung eigentlich enthalten müssen. Das schreibt die Geschäftsordnung der amtierenden Bundesregierung aus Union und SPD vor, die über die Nutzung von Glyphosat zerstritten ist. Schmidt setzte sich eigenmächtig über die Regel hinweg. SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks warf Schmidt vor, sich nicht an Absprachen zu halten. Andere führende Sozialdemokraten sprachen von einem Vertrauensbruch und einer schweren Belastung für mögliche GroKo-Sondierungen. Noch vor den ersten Gesprächen scheint die Stimmung zwischen Union und SPD damit nachhaltig vergiftet.